Hallo Leute, willkommen bei Let's Play Mario Kart 7 Online Zum Part 12 Jetzt legen wir los Mit den beiden So Los geht's So Lidiengecke hier So, können wir losfahren So So, fliegen wir hoch Ah, verdammt So, haben wir Tempo zugelegt Das haben wir dann So 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 Ja. So, wir kommen noch ein Item. So. So. Na toll. So haben wir den Stern. Geh mal richtig Gas geben. Alter. Ja, der war so fies, ey. So. So. Gehen wir hoch. So. So, kurz der Item. Wenn wir da rankommen. So, los geht's. So. Dann haben wir über die Pante abgefeuern. Mal gucken, ob der sich erwischen tut. So. 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 Auf die nächste Runde. So. 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 Jetzt haben wir Mützen noch mit. Alter. So, jetzt hol ich hier mal Item, wie immer. So, letzte Runde. So, jetzt kommen wir hier noch die Schwindigkeit auf. So, jetzt spielen wir hier noch ein bisschen. Verdammt vorbei. Ja, toll. So, jetzt kommen wir rüber. So, jetzt kommen wir ein letzter. So, jetzt gehen wir in die nächste Runde. So, die wurde ausgewählt, die Farbe jetzt. So, jetzt kommt der Runde. Oder rennen. So, jetzt kommt der Runde. So, jetzt kommt der Runde. Alter. Alter. Der Nebel. So. Wir fliegen hier lang. Schnauere aufs Bode. Alter. Haha Patrick. So, hier lang. Ah verdammt. Boah, hat mir das Schad runtergefallen. Nochmal. Noch einmal. Und noch einmal. Noch einmal. Nur dies für nicht. So. Wir sind die ganze Welt hinter. Wir sind die ganze Welt hinter. Fragt man sich nur warum. Jo. Müssen wir mal beide. So. Hey. Und noch einmal bei einem Prüferabssitz. So, jetzt bin ich runter. Alter. Jetzt zurück wir mal Alter. 10 so auf die nächste runde So, die füllen wir in die Rennstrecke aus. So, das war die letzte Runde für jetzt. So, die füllen wir jetzt erster. Kanter aus Schlaube, Conner. So, ein paar Münze ein. Woher nicht? Nein, Herr Patrick. Vorher sei es erst mal gar nicht zu können. Oh, verdammt. Hier bekommen wir ein Item. Hier bin der Erster. Hier bekommen wir ein paar München. So. 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 So, das habe ich euch gezeigt, dass ich auch mal erster werde kann. Oh, bitch. Yeah. So. Und diesmal habe ich... Bronze-Vokal, ähm, ne, Silber-Vokal-Vokal-Vokal-Vokal bekommen. So. Bis dann, Leute. Und haut rein.